Es wird auch auf deinem Pferdehof viel gekuschelt. Wir haben im Netz auf Facebook ein kleines Video entdeckt. Da knutschen die Pferde miteinander, oder was machen die da? Ja, ist das toll? Busschen, ist das El Mariachi mit einer seiner Stuten? Nein, das ist Benicio del Toro mit Zsa Zsa, nee Munira, Entschuldigung. Herrlich, oder? Die haben alle so El Mariachi, Benicio del Toro, alles so filmmäßig angehaut genommen, oder? Ja, ich dachte irgendwie, alles was ich züchte, das muss dann auch irgendwie mit mir in Verbindung gebracht werden. Und normalerweise werden Araber immer Al-Shala-Palama-Hala-Hala-Homha genannt. Und das war mir zu kompliziert. Kann man sich auch besser anschreien, oder? El Mariachi, komm mal rüber. Benicio del Toro.